Einen wunderschönen guten Abend meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch zu einem Infovideo. Ja, es ist mal wieder an der Zeit für ein Infovid. Ja, ich mache es kurz und knapp, weil, keine Ahnung, Terranigma wird jetzt auch bald wieder weitergehen. Es hat sich, keine Ahnung, warum so verzögert. Das fragt mich nicht, lag an mir, lag an ein paar, die zu spät geantwortet haben oder was weiß ich. Ich will jetzt nicht den einen hier speziell ansprechen, das ist egal. Zum anderen geht es um Serious Sam. Anhand der Bewertung stelle ich fest, dass es nicht so wirklich prägend ankommt. Da ist jetzt meine Frage an euch. Wollt ihr, dass ich Serious Sam abbreche und dafür allerdings die Playstation 2 Generation, sag ich mal, hier mit dem Aufnahmetest und hier den ganzen Spielen, dass ich das dann eher vorziehe. Wenn ihr das wollt, dann schreibt es mir bitte und vergesst nicht, hier das Voten läuft immer noch. Es läuft bis, ja, wie lange lasse ich, ich lasse es irgendwann mal noch laufen, dann mache ich irgendwann ein Infovideo, dann ist es halt Ende und so. Und, ja, da ich jetzt wahrscheinlich selber nicht mehr weiß, was ich gelabert habe, mache ich immer noch eine kurze Zusammenfassung. Also, Serious Sam 2, Abbruch, ja oder nein? Und, stimmt noch für ein Spiel ab. Weil, wenn ich Serious Sam abbreche, dann wird das natürlich schneller drankommen, hier mit dem Emulator und, ach, Quatsch, Emulator. Ehm, Playstation 2. Äh, wenn ihr jetzt schreibt, ja, brech lieber ab und was weiß ich, äh, nehme ich euch das nicht übel. Keineswegs. Weil, ja, und so. Und zu Minecraft, ähm, da habe ich noch ein paar Folgen, weil einige denken, äh, du lädst zu wenig hoch und was weiß ich. Ja, ich habe nicht nur Minecraft am Laufen und, ja, egal. Gut, äh, den Link für das, äh, Aufnahmetesting install, setze ich in die Beschreibung und, ach, liest einfach die Beschreibung, wenn ihr irgendwas nicht richtig verstanden habt oder so. Ich bin auch gerade verwirrt und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und einen wunderschönen Sonntagmorgen. Tödelüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.